so einen wunderschönen guten tag ihr lieben ich sehe schon überall fleißig tanzende dinos im chat sehr schön ich hoffe euch geht es gut ich hoffe ja ihr habt auch alle gute laune das wetter ist ja aktuell ziemlich geil für diejenigen die sommer mögen und ich habe eben gerade mal versucht hier eine umfrage abzugeben ich hoffe das hat funktioniert könnt ihr die umfrage da oben sehen müsst ihr eigentlich sehen können und dann eben auch darauf mal reagieren können ich wäre nämlich mal sehr gespannt wie ihr das gesamte monsterverse jetzt einschätzen würdet das heißt das ganze in der abstimmung jetzt hier wird so eine art von ranking dass ihr selber macht aber ich sehe das doch irgendwie gerade eine zeit ab ihr habt da anscheinend nicht allzu viel zeit um irgendwie eine entscheidung zu treffen naja okay soviel eben nur dazu ich habe auf jeden fall jetzt herausgefunden wie ich auch selber abstimmungen auf twitch machen kann das wollte ich damit eigentlich nur sagen gut von vornherein wie machen wir das jetzt hier sagen wir dürfen jetzt hier schon über den film spoilern wir werden uns heute ein paar reviews anschauen von anderen youtuber die den film bewerten was ich glaube ich sehr interessant finden werde da der film ja doch sehr kontrovers aufgenommen wird machen wir das mit oder ohne spoiler ihr könnt ja mal ganz kurz eine einzelnen chat wer den film schon gesehen hat eine 2 wäre nicht also eine 1 für die leute die spoiler sagen ja mach ruhig 2 die sagen nö will ich nicht sehen 1 1 2 1 1 1 1 ok ok das heißt die meisten haben den film auf jeden fall schon gesehen ich denke mal dass ihr die meisten von euch schon drin gewesen sind ich kann keinen film wählen aber dann schreibe ich es 1 Godzilla 2014 2 Kong Skull Island 3 Godzilla X Kong The New Empire 4 Godzilla vs. Kong und Platz 5 ist sogar bei The King of the Monsters das ist ja sehr krass noch nicht gesehen bin aber offen für Spoiler okay ja keine Ahnung wir versuchen es trotz allemal so ein bisschen zu vermeiden wenn das geht und ihr schafft es bestimmt auch so ein bisschen Spoiler zu umschreiben weil ich habe hier auf youtube jetzt am 14 glaube ich das ist nächste woche Sonntag das wird wahrscheinlich aber auch vorverschoben den großen Spoiler Talk für YouTube angekündigt und wir werden jetzt ja hier ein paar Reviews uns anschauen und die Reviews sind nahezu alle Spoiler frei glaube ich deswegen lasst uns da am besten auch versuchen so wenig wie möglich zu spoilern oder ich weiß es nicht weil das ganze auch auf YouTube hochgeladen wird ne 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 okay wisst ihr was ne vollkommen wurscht ähm wir spoilern jetzt hier einfach ja das wird einfach auf YouTube damit angegeben auf dem Reaction Kanal und dann passt die Nummer auch was sagt ihr zum Film haut mal raus zu Godzilla Kong The New Empire was hat euch gefallen was hat euch nicht so gut gefallen ähm Cook von Filmstarts habe ich auch schon offen aber ich habe vom lieben Sebastian auch schon eine Whatsapp bekommen wo er mir seine äh seinen Punktestand geschrieben hat weil ich habe der ganzen Nummer ja 6 von 10 Punkten gegeben und dann hat Sebastian mir eine Whatsapp geschickt die ich euch gleich mal zeigen kann was er hat jetzt überhaupt hat er ein Punktesystem gehabt in seinem Video ich glaube nicht ne kann man das sehen ganz schwierig ne doch 6 von 10 Punkten aber er gibt der ganzen Nummer einen Punkt mehr das heißt er gibt äh dem Film tatsächlich sogar 7 von 10 Punkten und da bin ich mal sehr gespannt auf seine Argumentationen und Aussagen ich habe da schon mal ganz kurz reingeschaut gehabt habe sogar schon einen Kommentar bei ihm drunter dagelassen im Video und er war ja dann einigermaßen angenehm überrascht okay ähm die Abstimmung ist auf jeden Fall noch da am Ende war alles sehr schnell ey ich fand der Film war von Anfang bis Ende unglaublich schnell ich fand da hat sich jetzt wirklich also der Film hat ja wir spoilern jetzt hier ne ganz wichtig soll ich es mal lieber in den Chat reinschreiben ja in den Titel das mache ich mal ganz kurz Spoiler den ganz großen Spoiler Talk machen wir aber dann wie gesagt erst am mal gucken wann ich es vorschieben kann vielleicht am Mittwoch sogar schon ähm der Film fängt ja schon einfach damit an dass Kong gejagt wird dann gibt es einen Cut dann geht es rüber zu Godzilla der gegen Skilla kämpft dann gibt es wieder einen Cut dann gibt es irgendwann auch den Kampf gegen dieses Wassermonster und gegen die anderen Kongs und dann taucht Zuko auf das war ja nur Schnitt 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 und deswegen habe ich auch gesagt es gibt einen schönen Podcast von mir und dem lieben Andi von Screenfire auf dem Kanal Screenfire Movies oder Movie äh wo wir auch darüber gesprochen haben dass der Film sich anfühlt als wäre der für so eine TikTok-Generation gemacht als würde man ja nicht wollen dass irgendeine Szene auch nur ansatzweise deine Aufmerksamkeit beansprucht es gab da wirklich Momente da hast du dann gesehen wie Kong irgendwas macht und dann gab es einen Cut rüber zu Jia dann haben wir glaube ich zwei Minuten lang gesehen wie sie einfach nur irgendwas also eigentlich nichts macht und dann gab es wieder einen Cut zurück zu Kong das war so so richtig gedankenlos irgendwo anders hingeschnitten und das gab es ein paar Mal in dem Film und da hast du wirklich gemerkt die wollen einfach den Zuschauer nicht mit so viel Gedanken beschäftigen und das hört sich immer so fies an aber es ist ja wirklich so dass die Leute werden hippelig wenn die länger eine Szene bekommen und auch gerade der Vergleich zu Godzilla Minus One den kannst du halt nicht bringen Godzilla Minus One hat eine ganz andere Intention gehabt eine Geschichte zu erzählen als jetzt der Film hier dazu kommen wir vielleicht aber auch noch Tiamat war ja auch mit Sonnenstrahlung aufgepumpt also Evolved und wurde ja das fand ich auch so bescheuert wir haben uns hier unterhalten über Tiamat, über Skilla die Leute wissen nicht mal wer das überhaupt ist die haben ja wirklich Namen bekommen wir wissen das weil wir das Thema auch auf meinem Kanal ja unfassbar lang bearbeitet haben aber als normaler Zuschauer hast du glaube ich keine Ahnung wer das ist das ist einfach nur Kaiju A und Kaiju B also genauso wie der eine Titan der in der Hohlerde auftaucht und dann Kong angreift so No Names waren einfach auch Skilla und Tiamat es hat sich ein bisschen angefühlt wie bei Jurassic World Dominion wo man auch einfach nur Dinosaurier durchs Bild hat rennen lassen Hauptsache die Leute decken sich oh viele Dinos guter Film und es funktioniert vielen von euch gefällt der Film auch sehr gut das finde ich schön das warum auch nicht ich fand ihn jetzt ja auch nicht so schlecht also der Film ist nicht das Jurassic World Dominion des Monsterverse geworden Gott sei Dank aber er war einfach viel zu schnell du hast halt eine Geschichte gehabt wir bekommen Shimo eingeführt was wurde ein Geschiss gemacht um Shimo den darf man nicht vorher zeigen ach nein da muss ja dann es wurden Anwälte darauf ausgesetzt zu gucken ob Leute abgefilmtes Material zeigen damit Shimo geheim gehalten werden kann warum ich dachte mir dass Shimo vielleicht so einen Auftritt hat wie Smaug bei der Hobbit oder sowas nö Shimo taucht auf macht einen Eisstrahl dann reitet Garking zweimal auf dem und dann macht Shimo nochmal einen Eisstrahl und dann ist der Film vorbei das ich weiß nicht es war man hätte da wesentlich weniger Geschichte nehmen müssen und sie dafür besser aufarbeiten müssen wir haben jetzt hier einmal die Story von Godzilla wir haben die Story von Kong wir haben die Story von Gia dann machen die anderen Menschen auch noch nebenbei irgendwas Godzilla ist immer so eine Nebenfigur dann dabei dann taucht Mothra noch auf einmal ist Gia eine Priesterin neben dessen muss dann Rebecca Halls Figur an Hieroglyphen kurz erklären was in der Vergangenheit passiert ist ja da gab es mal den Skarking und der ist ziemlich krass und Shimo ist auch ziemlich krass Katla ist Shimo ach doch wieder weg ey das war viel zu schnell alles das war wirklich viel zu krass Snap C4SE der Name auf jeden Fall vielen vielen Dank für die 245 Bits vor 10 Minuten ich sehe es jetzt eben gerade erst sorry für die späte Reaktion aber an sich muss ich wirklich sagen der Film macht glaube ich der wird glaube ich besser altern wenn man eben weiß worauf man sich dann da einlässt ich fand aber für die ganzen Neuerungen die wir da bekommen haben auch Godzilla Evolved was gibt es denn alles Neues neuer Bösewicht Skarking ein neues die Mutter der Titan ne der Ur-Titan Shimo dann gab es Godzilla Evolved dann gab es Tiamat Skilla und sowas und dafür wurde das alles einfach nur so nebenbei hingerotzt einfach mal so nebenbei hingeschissen das hat mir nicht so ganz gut gefallen im Großen und Ganzen hat der Film relativ für einen Monsterverse Film funktioniert aber ich finde das Monsterverse hat einfach so viel mehr Potenzial da kannst du einfach mehr draus machen wenn mir da jemand schreibt ja aber du musst jetzt ja hier auch keinen Film erwarten der irgendwie in die Psyche der Titanen reingeht sag ich nee es muss ja auch nicht immer nur extrem in die Richtung oder extrem in die andere Richtung gehen das ist wie bei politischen Sachen diese ganzen Extremen es ist immer Scheißdreck der Film kann doch aber wenigstens trotzdem versuchen die Geschichte so ein bisschen rund zu erzählen und trotzdem immer noch schöner Trash sein das geht doch auch hat er aber nicht gemacht ich bin kein TikTok-Kid aber mir hat der Film gefallen aber zu schnell und Shimo war fast gar nicht zu krass zu sehen ja genau Shimo fand ich auch ein bisschen ein bisschen wenig aber du hast halt auch keine Zeit in dem Film gehabt irgendwas zu erzählen und ich hab mich da auch mit dem Andi drüber unterhalten von Screenfire woran das gelegen haben kann dass der Film so so durchgerusht wurde und irgendwie hab ich das Gefühl dass ein Drehbuch vorgelegt wurde und dann das Studio sich wieder reingehängt hat und hat gemeint okay du darfst das hier verfilmen aber dann nur in so und so einer Zeit ich meine warum hat der Film nicht eine Laufzeit bekommen wie bei King of the Monsters das ist der zweitkürzeste Film von allen und der geht glaube ich nur eine Minute länger als Godzilla vs. Kong und das finde ich unfassbar schade du hättest den Film aufbauen können mit einem krassen Flashback wo du siehst wie Shimo irgendwas in der Vergangenheit macht wo man dann schon mal man muss Shimo noch gar nicht sehen du siehst eben einfach nur diesen gewaltigen Eisstrahl auf dem man kommt die Eiszeit die gesamte Welt verändert sich dadurch und da hast du einfach schon mal einen krassen Aufbau für dieses Vieh und dann gibt es dann irgendwann einen Cut in die Gegenwart und dann merken dann die Menschen okay Godzilla verhält sich gerade sehr seltsam der wird immer aggressiver und auch Kong wird langsam nervös und dann beginnen die Menschen damit auch in der Hohlerde ein bisschen nachzuschauen was dem da gerade abgeht die ganzen Titanen drehen am Rad also auch Skilla dreht am Rad und auch Tiamat dreht am Rad weil irgendwas gerade aus dem Gleichgewicht gerät und dann kommt das nach und nach so raus aha das war also ein Kong selber der aber einen Shimo der ja quasi in der Klassifizierung wie auch Godzilla genannt wird ein Reptilien-Titan was glaube ich meine ich der kontrolliert den einfach und dann hast du dann eben diese Bedrohung langsam aufgebaut und dann kommst du nach und nach zu dem Climax aber wir haben ja nur noch Climaxe in dem gesamten Film permanent würdest du den Film freiwillig nochmal gucken ja ey ich kann damit meinen Spaß haben wenn ich halt jetzt weiß worauf ich mich einlasse aber ich finde es halt schade dass man da so viel Potenzial verscheuert hat heb dir doch die Mothra-Geschichte für den nächsten Film auf was hat ein Mothra hier gemacht Godzilla mal kurz weggeschossen als er gegen Kong gekämpft hat und dann am Ende hat sie nochmal schön geleuchtet und ist nochmal rumgeflogen in der Hohlerde warum muss die da jetzt auftauchen das verstehe ich einfach nicht warum muss Godzilla ja gut das mit Tiamat und mit Skilla das kann man vielleicht ein bisschen übersehen die waren einfach nicht so wichtig aber trotzdem ähm das ist halt ja keine Ahnung ist halt immer echt schwierig für sowas und ich meine ich hab mir danach noch so gedacht als ich aus dem Film rausgekommen bin naja der Film war jetzt nicht so der Burner für mich 6 von 10 da bleibe ich auch dabei ich war mehr von dem Film positiv überrascht als negativ aber ähm ich hab mir dann erst so gedacht okay du hast dafür wenigstens kein Geld bezahlt und dann hat Andi so gemeint naja du bist aber gerade für 200 Euro nach München gefahren ja also hab ich eigentlich 200 Euro für diesen Film ausgegeben hat er vollkommen recht ähm ja sie hat die Schutzbarriere wiederhergestellt ja brauchst du dafür den gesamten Plot in dem Film wenn der eh schon so überladen ist da hätten sie auch gleich einfach echt noch Space Godzilla mit einführen können das hätte ja einfach noch mit reingepasst durch die Kristalle das war einfach zu viel finde ich und ich bleib dabei Godzilla 2014 macht's eben so gut weil bei Godzilla 2014 ist jeder Moment wo Godzilla auftaucht was Besonderes warum? weil er selten auftaucht eine große Kritik von vielen ähm die kann ich auch nachvollziehen weil sie eben auch sehr oft was anteasen und es dann wieder wegblenden aber dadurch hast du eben dann so Momente wie der Moment am Flughafen war es oder? war es am Flughafen wo dir als erstes Mal der Fuß von Godzilla zu sehen ist und man denkt sich wirklich wow ist das krass das sind so Momente die bleiben bei dir einfach hängen ähm Godzilla Minus One ist ein relativ ruhiger Film und wenn mal Action kommt dann wie Godzilla in Wasser schwimmt und die Bomben auf ihn schmeißen und irgendwas aber du hast einen einzigen Moment im Hinterkopf bei Godzilla Minus One und das ist der Atomic Breath der erste weil der erste auch so extrem reinknallt und so rein scheppert der zweite ist auch noch cool aber der erste der bleibt auf jeden Fall hängen bei den Leuten und warum? weil Godzilla einfach nicht permanent Atomic Breath Atomic Breath diese ganze Masse macht es egal was du gerade siehst und das ist bei dem Film jetzt auch wieder so es macht alles egal ob du jetzt einen Kampf hast Godzilla gegen Kong du freust dich da gar nicht mehr so drauf weil der wird nicht vorbereitet du hast davor schon drei andere Kämpfe gesehen und dann ist Godzilla einfach da und sagt ich muss Hilfe holen geht eben hoch zack nächster Kampf da hast du diesen Aufbau nicht mehr und der Aufbau bevor sich etwas entlädt ist ultra wichtig Herr der Ringe ähm die Schlacht von Helms Klamm was wird die aufgebaut den gesamten Film lang bis dann am Ende ich glaube die geht zehn Minuten und das ist geil und das finde ich halt ein bisschen schade ist aber wie gesagt nur meine Meinung es gibt viele die den Film sehr geil finden was mich auch sehr gefreut hat ähm sehr viele haben geschrieben sie hatten sehr viel Spaß mit dem Film und ich bin da jetzt auch nicht komplett genervt rausgekommen ich hab mir halt nur gedacht also dieses Pacing war einfach so seltsam und ich hab mir halt echt nur gedacht warum müsst ihr da jetzt so viel Handlung rein knallen wenn der Film so kurz ist das war so mein Ding war ja und war am Flughafen okay ähm by the way ich fand ein Kacke dass Tiamat so schnell getötet wurde obwohl er aufgeladen ist und der stärkste Wassertitan sein soll ich weiß Godzilla ist selbst aufgeladen und der zweibt bis erst stärkere Titanen und im Wasser auch ja aber die hatten ja keine Zeit das sag ich ja die hatten ja keine Zeit um Tiamat irgendeine Rolle zu geben deswegen konnte der nur rumschwimmen und dann direkt getötet werden das war's ich fand Godzilla X Kong war besser als Versus ähm ich war begeistert aus der Premiere rausgekommen das ist doch aber schön das ist doch aber schön ich weiß gar nicht ob ich ihn besser ich glaube nicht ich weiß da Godzilla vs. Kong hat auch schon sehr viel komische Sachen gemacht aber müsste mal Gedanken machen für ein für ein Ranking es gibt eine Theorie äh dass Trapper Jet Jaguar baut oder das kann natürlich sein ja da kannst du jetzt sehr viel zusammen spinnen aber das kann schon sein dann würde Sinn ergeben wenn er das auf jeden Fall noch machen würde stimmt dass Biolante im nächsten Teil kommt du weißt noch gar nichts über den nächsten Teil also ähm Colin Trevor wollte ich gerade schon sagen Andy Wingard meinte zuerst er würde gerne eine Trilogie machen die sich sehr stark auf Kong bezieht ähm da hätten wir jetzt zwei Teile von gesehen Godzilla vs. Kong und eben Godzilla Kong einen dritten würden wir also erst noch dann bekommen und jetzt meinte er allerdings nö er will den nächsten Film doch mehr auf Godzilla fokussieren weil er eben die Kritik von den Leuten mitbekommen hat das heißt der Mann hat keinen Plan was er aktuell so für eine Phase hat und deswegen haben die Filme in Godzilla vs. Kong und auch Godzilla Kong keine Post-Credit-Scene weil Adam Wingard hat keine Ahnung wie er damit weitermachen will der hat keinen Plan und ich hab mir auch gedacht dass das jetzt ja der Film ist wo wir jetzt offiziell vom Monsterverse sprechen das war bei Godzilla vs. Kong noch nicht so seit dem Film jetzt hier das ist der erste Kinofilm wo wir im Kino offiziell vom Monsterverse reden ähm der endet genau so der kann auch so einfach fertig sein ich dachte mir jetzt baut hier irgendetwas Großes auf im Endeffekt haben sie sehr viel Großes aufgebaut aber nur Sachen die du jetzt nicht mehr zwingend verwenden kannst ohne dir wieder was Neues aus dem Arsch ziehen zu müssen so ich meine sie gehen ja sogar darauf ein sie sagen ja sogar im Film dass diese Bewohner haben Godzilla gedient der einen Stern gefressen hat glaube ich war es gewesen ne warum nimmt man das nicht ganz zum Ende in der Post-Credit sie in diesen Satz und dann geht man mit der Kamera so näher an diese Kristalle ran und dann gibt's einen Cut und alle wissen oh krass Space Godzilla du hast ja null Referenzen jetzt was danach kommen könnte es könnte Space Godzilla sein es könnte Destroyer sein das stimmt aber nicht da haben wir auch ein paar von euch geschrieben ja er hätte wohl Ton Destroyer angekündigt das stimmt aber nicht er meinte dass er Referenzen an Destroyer aber auch jetzt hier schon im Film mit aufgebaut hätte und das heißt der nächste Film soll mehr so eine Referenz an Destroyer werden das heißt sehr wahrscheinlich dass wir irgendeinen Bösewicht bekommen der Godzilla töten könnte vielleicht nehmen sie ihn jetzt auch ganz aus der Runde raus beim nächsten Film ich weiß es nicht aber die haben weder ein Drehbuch noch haben die einen Plan das ist jetzt gerade sehr in der Schwebe wie findet der Pandaman den Film ich habe keine Ahnung der hat ihn glaube ich auch noch gar nicht gesehen und auch noch kein Video dazu gemacht kann das sein oder gibt es das schon ich schaue mal ganz kurz nach aber ich glaube er hat noch kein Video dazu gemacht kam noch nirgts das weiß niemand im nächsten Teil kann auch was anderes kommen im nächsten Teil ja vielleicht sagen die auch einfach zwischendrin ja wir machen doch jetzt doch ein Crossover zwischen Pacific Rim und Godzilla und dann bekommen wir erst mal das bevor wir jetzt irgendwie was ganz Neues bekommen das kann jetzt alles passieren Gigan Aquila würde ich feiern aber Aquila soll in Minus One 2 der Film heißt ja nicht Minus One 2 und von einem Kaidu das ist auch noch keine Rede davon du hast noch keine Rede die haben das Drehbuch noch nicht mehr fertig also zur Fortsetzung von Godzilla 1 Minus One die haben nur gesagt dass sie eine Fortsetzung machen wollen und sehr Interesse daran hätten noch einen zweiten Titan einzubauen das war's mehr weiß er nicht also da ist noch kein einziger Name gefallen von irgendwas Skarking war zu schnell tot das Beste ja Skarking dachte ich auch dass der das Ganze irgendwie noch überleben wird ich dachte dass Skarking ja vielleicht eingesperrt wird und dann in den nächsten Filmen nochmal auftaucht so als jemand als so ein Anti-Held der dann irgendwie so ein Verräter werden könnte von bestimmten Situationen oder so ein Kram ich hab echt keine Ahnung hab gelesen ja soll Godzilla Minus Two heißen nein das wäre das Einfalllose was du machen könntest weißt du warum der Film Minus One heißt es hat ja einen Hintergrund es gibt ja einen Grund warum der so heißt bei Minus Two gäbe es einfach keinen Hintergrund und ähm es gibt ja Gerüchte dass der Film da kommt mein Video erst am Montag online dazu ja okay ich kann es ja schon mal ganz kurz ansprechen ist ja auch nur eine Theorie ähm dass der Film wohl Godzilla Plus heißen soll das heißt Plus und das würde total Sinn machen weil Godzilla Minus One bedeutet ja so viel wie das im Film ähm der spielt ja nach dem Zweiten Weltkrieg und da ist Japan gerade auf Null runtergesetzt worden die sind quasi wieder ganz am Anfang und müssen von Null aus anfangen wieder alles aufzubauen und dann taucht auf einmal Godzilla auf und schafft es das gesamte Land von Null auf Minus Eins runterzusetzen deswegen Minus One das ist da der Hintergrundgedanke und der Titel Godzilla Plus wurde angeblich jetzt geleakt ich kann das ich sage immer nur Theorien inzwischen jetzt aber nur noch äh Leaks sind immer so Leaks waren früher mal wenn etwas was wirklich so ist rausgekommen ist inzwischen sind ja Leaks einfach nur Gerüchte ähm das Gerücht dass der Film jetzt Godzilla Plus heißen soll und das Plus dabei steht eben dafür dass Godzilla plus noch ein anderer Titan auftauchen soll das wäre dann eben davon die Bedeutung aber das ist ey das ist noch so früh das werden wir jetzt erstmal nicht nicht rauskriegen bis da jetzt irgendwas Großes kommt müssen wir nochmal abwarten okay dann würde ich sagen ihr Lieben wir switchen jetzt mal rüber dass wir auch mal in die bis quebt dann bis